Hi, ich bin Yannick von Xcentral und heute schauen wir uns kurz das Abo-Modul an. Viele von euch haben auch den Fall, dass sie bestimmte Artikel in Abonnementstrukturen verkaufen. Das heißt, ein Kunde kauft einen Artikel monatlich oder jährlich immer wieder, abonniert den Artikel quasi, bekommt den in regelmäßigen Zeitabständen wieder ausgeliefert und bezahlt den auch monatlich. Das können alle möglichen Dinge sein. Manche von euch vermieten vielleicht bestimmte Workspaces, Server, wieder andere liefern wirklich irgendwelche Lagerartikel aus, regelmäßig. Es könnten aber auch mal Zeitschriften sein oder sowas. Und dann wollen wir Abonnements anlegen, damit wir die monatlichen Aufträge und Rechnungen automatisch erstellen und nicht wieder jeden Monat händisch arbeiten müssen. Wir schauen uns heute mal an, wie das ausschaut in Xcentral. Ich bin jetzt gerade in der Adresse drin. Das ist ein Kunde von mir, der Max Muster. Und jetzt legen wir einfach mal händisch ein Abo an, um anzuschauen, wie das dann aussehen würde. Wir gehen ins Abo-Modul rein. Das finden wir hier in dem Reiter Abos. Hier sehen wir jetzt in einer Übersicht alle Artikel, die dieser Kunde aktuell abonniert hat. Und einen habe ich da schon angelegt. Jetzt sind wir also hier bei dem Fall, dass er den abonnierten Artikel abonniert hat, habe ich treffend benannt. Und das macht er schon seit dem 30.11. Genau. Jetzt wollen wir also mal noch ein zweites Abo anlegen. Und dann habe ich hier noch einen zweiten Artikel angelegt, den abonnierten Artikel ABC und auch den abonnierter. Schauen wir mal an, was wir machen können. Wir können diesem Abonnement noch eine Beschreibung geben. Oder besser gesagt dem Abo-Artikel. Es kann ja sein, dass ich im Rahmen eines Abos den Artikel anders beschreiben möchte, um zum Beispiel das Abo zu erwähnen. Dann können wir die Menge des Artikels natürlich festlegen. Klar, auch die muss ja anpassbar sein. Und was sehr wichtig ist, wir können eben nicht nur ein monatliches Abo konfigurieren, sondern auch andere Zeitabläufe. Ihr könnt monatlich abrechnen, ihr könnt aber auch für mehrere Monate auf einmal abrechnen. Dann erfolgt die Abrechnung nur diese x Monate und nimmt den Preis eben mal. Oder wir können auch einen Jahrespreis oder einen Wochenpreis festlegen. Auch ein 30-Tage-Rhythmus ist möglich, wenn ihr sagt, okay, ich brauche diesen 30-Tage-Rhythmus, der sich nicht auf die Monate verschieben darf, wenn der Monat mal kürzer oder länger ist. Und es gibt auch einmalige Abos. Das kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn ihr bei dem Kunden irgendwas verkauft und eine Einrichtung mitberechnet. Dann ist es zwar eigentlich nur einmalig, aber es ist trotzdem eben in so einem Abo gut zu behandeln, weil ihr eben einen bestimmten Stichtag habt, wo der Artikel eigentlich gekauft wird. Wir könnten hier noch einen Rabatt eingeben, also das ist auch ebenfalls im Rahmen des Abonnements möglich. Und können hier eben festlegen, soll denn eigentlich das Abo gleich als Auftrag angelegt werden oder schon als Rechnung. Also möchte ich nur noch die Rechnungsbelege erstellen für die Abonnements, die der Kunde hat, oder will ich ihm auch noch eine Auftragsbestätigung schicken als Beleg, dann könnte ich es hier eben noch als Auftrag anlegen und würde erst im späteren Bereich noch aus allen Aufträgen die Rechnungen machen. Hier kann ich eben das Startdatum festlegen. Ich könnte also auch sagen, okay, das Abonnement läuft schon länger, wenn ich das jetzt gerade erst anlege, aber eigentlich der Kunde schon abonniert hat. Oder ich könnte es auch eben in die Zukunft hineinversetzen. Wir werden oft gefragt, ja was mache ich denn, wenn ich jetzt vielleicht versichtlich mal beim Abo einen Fehler gemacht habe. Ich habe eine falsche Abrechnung erstellt, kann ja vorkommen und möchte das dann wieder zurückschieben. Normalerweise sollte man dieses Feld hier jetzt nicht ändern, wenn man das Abo schon angelegt hat, denn es ist ja fortlaufend und wir wollen nicht, dass der Kunde versehentlich in einem Monat irgendwie zweimal den Beleg bekommt oder so. Wir können aber im Rahmen des Expertenmodus, können wir den abgerechnet bis Status festlegen. Also wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt hier ein Buchhalter, ich weiß genau, was ich tue, ich möchte da einmal händisch eingreifen, dann ist für euch der Expertenmodus relevant. Ihr könnt sagen, okay, das Abo ist vielleicht schon im Oktober, befinden wir uns gerade, aber es ist nur abgerechnet bis zum Juli und ich muss hier noch die letzten Monate noch in den nächsten Abolauf reinnehmen. Oder ihr könntet eben auch das abgerechnet bis in die Zukunft legen, sodass eben einen Monat eben nicht mehr im Abolauf berücksichtigt wird. Jetzt speichern wir dieses Abo ab und bevor wir weitermachen, schauen wir uns mal noch andere Möglichkeiten an, die wir haben. Wir haben hier noch einen Unterbereich, der nennt sich Gruppen. Was sind denn jetzt Abo-Gruppen? Abo-Gruppen sind dafür da, dass ich sage, okay, ich bin zwar bei einem Kunden, aber der Kunde hat vielleicht mehrere Artikel abonniert. Und es macht eigentlich keinen Sinn, ihn für jeden einzelnen Artikel so eine einzelne Rechnung zu schicken oder ihm über mehrere, in mehreren Tagen verschiedene Belege zu schicken. Wir können also quasi eine Abo-Gruppe anlegen und die auch so nennen. Abo-Gruppe Max Muster. Und können hier auch ein Zielprojekt festlegen, wenn wir so sagen, okay, alle Abos, die hier in dieser Gruppe sich befinden sollen, später im Controlling auf dieses Projekt gebucht werden. Und können hier eben zentral festlegen, okay, wie soll denn jetzt eigentlich die Rechnungsstellung erfolgen? Soll der einfach eine Sammelrechnung bekommen über alles, was er abonniert hat? Soll er eine gemeinsame Rechnung bekommen, also nicht so eine spezielle Sammelrechnung, aber einfach eine normale Rechnung, in der alle Artikel drin sind? Oder soll er wirklich eine eigene Rechnung pro Abonnement bekommen? Typischer Fall hier eben die gemeinsame Rechnung. So, legen wir einfach mal an, nur um das gezeigt zu haben. Also ihr könnt auch Abonnements in eine Gruppe bündeln, was später im Controlling vieles vereinfacht. Und was wir dann machen ist, dass wir eben im Bereich Buchhaltung Abolauf reingehen. Das ist das, was eure Buchhalter normalerweise einmal im Monat oder in anderen Zeiträumen machen. Und eben hier entsprechend die Abonnements ausführen, die Abrechnung starten. Jetzt sehen wir also hier, wir haben auch bei der Frau Eva Müller noch ein Abonnement vorliegen. Wir sind im Bereich Rechnungen. Hier würden wir also alle die Abos jetzt durch den Abolauf schicken, die als Rechnung angelegt werden. Im Bereich Aufträge würden wir das gleiche machen für diejenigen Abos, die als Aufträge angelegt werden. Wir selektieren also alle Abos, die wir abrechnen wollen und wählen dann hier einfach aus Rechnungen generieren, Rechnungen, Drucker oder Mailversand. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Warum zeige ich ausgerechnet das? Überall da, wo ihr beim Kunden eine Mailadresse hinterlegt habt, was ihr normalerweise habt, dann gehen diese ganzen Belege zur E-Mail raus. Das ist der Standardfall. Es kann aber auch mal vorkommen, dass bei einem Kunden keine E-Mailadresse hinterlegt ist und dann darf es nicht sein, dass er den Beleg nicht bekommt. Dann würde dieser Beleg also bei eurem angebotenen Drucker rauskommen und ihr wüsstest, okay, diesen Kunden muss ich sowohl per Post schicken. Wir starten die Abrechnung und was jetzt passiert ist, dass hier eben Rechnungsbelege erstellt werden. Genau, da sind sie auch schon. Ich kann sie mal kurz anschauen. Die entsprechend unser Abonnement darstellen. Genau, also hier hat die, wer war es? Ja, die Frau Müller, die hat gleich im Rahmen einer Gruppe viele verschiedene Artikel bestellt. So, was ich auch noch zeigen möchte, es ist ein relativ neues Feature, es ist ab der Version 23 dabei, automatische Abos. Wir haben ja auch ganz oft den Fall, dass ihr eben nicht händisch arbeitet, dass ihr eben nicht händisch ein Angebot an Auftrag anlegt, sondern das kommt bei euch alles über einen Online-Shop rein. Ihr verkauft irgendeinen Artikel im Online-Shop, aber der Kunde hat eben auch die Möglichkeit, den da zu abonnieren, im Online-Shop zu sagen, ich möchte das monatlich haben. Genau, ganz typisch in der heutigen Zeit. Ihr könnt also auch bestimmte Artikel hier als automatisches Abo anlegen. Und was dann passiert ist, dass immer, wenn wir Aufträge aus eurem Shop hereinholen, abholen, dann suchen wir nach diesem Artikel. Und wenn wir den Artikel finden und der Shop und der Auftrag auch zu diesem Projekt gehören, ihr könnt also hier auf Projekten selektieren, dann legen wir ein automatisches Abo an. Wir legen für diesen Kunden ein Abo an. Das, was wir gerade händisch gemacht haben, passiert dann automatisch und ihr findet im nächsten Abo-Lauf das Abo des Kunden wieder. Wie gesagt, ihr könnt das hier aufs Projekt einschränken, wenn ihr sagt, Moment, ich möchte bitte das Abo nur dann automatisch anlegen, wenn es auch aus dem Projekt von diesem Online-Shop kommt. Und wenn ihr das nicht einschränken wollt, macht ihr einfach keine Projekteinschränkung und dann wird dieser Artikel immer in allen Online-Shop-Aufträgen, die ihr importiert, gescannt und er wird eben als Abo angelegt, wenn er hier hinterlegt ist. Und natürlich können wir auch im automatischen Abo wieder gleich eine Gruppe auswählen, wenn wir wollen, dass sich das später in einer Gruppe wiederfindet. Und wir können auch hier wieder festlegen, wenn es dann Monatsabos oder Jahresabos, die ich hier über den Artikel eigentlich verkaufe. Genau. Was wir hier auch noch machen können, ist, wir können sagen, wann würde das Abo denn losgehen. Jetzt hat der Kunde im Shop was bestellt, aber soll denn das Abo auch mit dem Auftragsdatum beginnen oder soll es erst ab dem nächsten 15. beginnen oder erst ab dem nächsten 1. des Monats oder also nächsten Monats 1. Was wir auch noch machen können, ist, wir können den Autoversand blockieren, wenn ihr also sagt, okay, ich habe nicht viele Abos, die ich verkaufe und ich muss die aber vielleicht prüfen, händisch. Oder ich möchte da prüfen, was denn da eigentlich abonniert wurde, könnten wir hier dafür sorgen, dass solche automatisch angelegten Abos nicht im Autoversand landen und nicht automatisch rausgeschickt werden. Wenn wir den Haken eben entsprechend nicht setzen, dann werden diese Abonnements ganz normal wie euren anderen Aufträgen im Autoversand durchgearbeitet und immer ausgeliefert. Ebenfalls können wir eine automatische E-Mail-Bestätigung aktivieren, wenn wir also zum Beispiel wollen, dass anhand einer unserer Dokumentvorlagen, die wir erstellt haben, der Kunde auch eine E-Mail-Bestätigung bekommt. Hallo, dein automatisches Abo wird angelegt. Das sind die Konditionen. So sieht es aus. Genau. Und das kann eben auch dann so mitgesendet werden. Das waren die automatischen Abos. Ein wichtiges Feature für alle, die über ihren Shop auch inzwischen sowas verkaufen. Haben wir ja ganz oft. Was ich vielleicht noch kurz zeige ist, bevor wir das Video beenden, wir haben hier noch eine Übersicht über die gebuchten Abos. Abos. Die ist im Wesentlichen dafür da, dass ihr nicht in jede einzelne Kunden reinklicken müsst im Adresssturm, sondern dass ihr eine zentrale Übersicht habt über alle Abos, die gerade am Laufen sind. Ihr seht also hier sind die nach Kunden aufgeteilt. Wir sehen aber prinzipiell in dieser Liste alle Abos und können die entsprechend nach den Zeiträumen filtern und können hier in den einzelnen Spalten natürlich auch dann wieder nach den Kunden filtern, wenn wir das möchten. Oder nach den Artikeln. Aber die Übersicht ist einfach wichtig, damit ihr auch eine zentrale Stelle habt, um alle Abos zu verwalten und dort nicht im Adressstamm dann von Kunde zu Kunde springen müsst. Auch die Einstellungen schauen wir uns kurz an, denn hier sind noch weitere Konfigurationen möglich. Hier zum Beispiel, dass wir die Abogruppen überhaupt einschalten. Wir würden hier also einmal sagen, okay, ich möchte mit diesen Abogruppen wirklich arbeiten und erst dann macht es Sinn, die einzelnen Abos zu den Abogruppen hinzuzufügen. Wenn ihr sie sagen, nein, das ist ja gar nicht meins und komisch, ich will da nicht, dass das dann später in der Auswertung irgendwie gruppiert wird. Das ist nicht mein Workflow. Dann einfach deaktivieren und dann haben sie das Thema nicht. Oder haben wir das Thema nicht. Genau. Dann, was wir hier auch noch machen können, eine wichtige Einstellung ist, wir können sagen, sollen denn Abonnements während des Leistungszeitraumes abgerechnet werden oder vorher? Ja. Der Fall könnte ja sein, okay, das Abo wird zum 1. eines Monats abgerechnet, aber erst im Laufe des Monats irgendwann bekommt der Kunde seine Leistung oder seinen Artikel geliefert. Und wenn wir das nicht wollen, können wir eben hier festlegen, dass erst im Leistungszeitraum, wenn der Kunde also den Auftrag ausgeliefert bekommen hat, auch die Abrechnung erfolgt. Wenn uns das nicht stört, dann würden wir das am Monatsersten ganz normal machen. Typischerweise am Monatsersten oder am Jahresersten. Und würden da eben nicht drauf warten. Genau. So. Hier ganz wichtig, den Drucker bitte nicht vergessen. Hier können wir festlegen, welchen Drucker wir verwenden wollen. Also hier kann ich jetzt wirklich auswählen, welchen der Drucker, die ich am System angebunden habe, kann ich denn eigentlich oder will ich im Abo-Modul verwenden. Und da wählen wir idealerweise den aus, der in der Buchhaltungsabteilung steht, damit all die Abos, die eben nicht per Mail geschickt werden konnten, da am Drucker rauskommen und ich die noch per Post verschicken kann. Genau. Wir können außerdem noch Prozessstarter aktivieren, eben wenn wir sagen, okay, wir haben sehr, sehr viele Abos. Manche von euch werden da hunderte oder tausende haben, dass wir, wenn wir die Abrechnung erstellen, eben für Aufträge und für Rechnungen, dass die Erstellung getaktet wird und nicht unser System irgendwie ein bisschen in performance-technische Mitleidenschaft zieht, sondern dass wir erst mit dem Klick diesen Prozess anstoßen, dass die nach und nach erstellt werden. Genau. Hier können wir noch eine Standardauswahl vornehmen. Was wollen wir denn in diesem Select-Feld drin haben, wenn wir Abrechnungen erstellen? Welche dieser Optionen? Die können wir hier einfach einmal auswählen. Wir können sie dann immer noch bei jeder Abrechnung ändern, wenn wir es mal anders machen wollen. Aber wenn wir eben sagen, okay, mein Standardfall ist, dass wir die Rechnungen drucken und Mailversand vornehmen, dann speichern wir das hier eben schon mal als Grundeinstellung. Genau. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, das Abo-Modul hat euch zugesagt. Ich hoffe, ihr probiert es einfach mal aus. Viel ist damit möglich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.